Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Jahr 2020 hat auch uns vor große Herausforderungen gestellt. Das beginnt bei der Lehre, die wir von heute auf morgen digitalisieren mussten. Mir fehlt die Möglichkeit, den Studierenden in die Augen zu schauen, zu sehen, haben sie es denn verstanden, muss ich etwas noch mal besser erklären. Geht weiter natürlich bei den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eben nicht mehr hier vor Ort forschen und arbeiten können, sondern zu Hause im Homeoffice, sodass auch hier die Interaktion natürlich fehlt, die unser Institut letzten Endes auch ausmacht über die vielen Fachbereiche hinweg. Wir haben dennoch uns bemüht und es auch geschafft, weiter zu forschen und zum einen die Verkehrssicherheit weiter voranzutreiben. Das beginnt bei Konzepten wie bei Fragestellung, wie man Batterien in solche Fahrzeuge sicher integrieren kann. Das geht weiter mit Insassenschutzsystemen im Projekt OSCAR, wo es um die Frage geht, wie kann man denn in einem automatisierten Fahrzeug Rückhaltesysteme gestalten, wenn der Mensch eben nicht mehr so schön definiert im Fahrzeug sitzt, wie man sich das gerne vorstellt. Das geht weiter mit dem Projekt MIBI SAFE, ein Projekt, wo wir Infrastruktur mit Reizen oder dazu nutzen, um Reize zu generieren, um Menschen, um den Fahrer frühzeitig aufmerksam zu machen, darauf, dass er eben Geschwindigkeit rausnehmen muss, um eben eine anspruchsvolle Situation zu vermeiden. Wir bringen aber auch dem Fahrzeug das Hören bei. Sonic Intelligence, so nennen wir das. Letzten Endes beschäftigen sich viele Forscher mit der Frage mit Kammer, Radar, Leader, wie kann das Fahrzeug sehen? Aber die Frage, wie ein Fahrzeug hören kann, wird viel zu wenig beforscht. Es geht aber auch um Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Energieeffizienz, auch hier gehen wir neue Wege. Wir versuchen die Muskelkraft des Menschen zu nutzen, hier in unserem E-Jet, um ein Fahrzeug mindestens mal zu steuern, aber eben auch, um diese Muskelkraft zu nutzen, eher im Sinne eines Workouts, wenn man dann nach Hause fährt, um einfach Vortrieb zu erzeugen und Energie zu sparen. Es geht aber auch um die Elektrifizierung von schweren Nutzfahrzeugen, um die Frage, wie kann man elektrische Antriebe in diese Fahrzeuge installieren? Ist die Batterie letzten Endes der richtige Speicher oder muss man doch auf eine Brennstoffzelle gehen? Wie sieht es aus, wenn man große Batterien hat, wie kann man die überhaupt laden? Wie kann man das Laden letzten Endes koordinieren? Wie kann man das Ganze effizient gestalten? Das geht weiter mit dem Thema des Fahrerlebnisses, was uns hier ein großes Anliegen ist, was wir mit dem Speedy gezeigt haben. Wir hatten dieses Jahr einen YouTuber bei uns, auch das können Sie im Internet finden, der uns mal gezeigt hat, wie junge Menschen darauf reagieren, auf Konzepte, wo man ein Fahrzeug eben nicht mehr mit einem Lenkrad führt, sondern wie ein modernes Flugzeug eben mit Sticks. Mit diesem Fahrzeug wollen wir auch wieder ein neues Fahrerlebnis ausprägen. Wir wollen dem Menschen das Gefühl geben, er sei Superman. Er hätte die Kraft, um ein solches Fahrzeug wirklich selbst voranzutreiben, wobei er natürlich hier durch einen elektrischen Antrieb hier unterstützt wird. Das Fahrerlebnis geht weiter mit der Frage, welches Potenzial steckt eigentlich in automatisierten Fahrzeugen? Und hier sind wir alle, da spreche ich auch für meine Kollegen von anderen Universitäten, wir sind alle sehr froh und dankbar, dass wir gefördert durch das BMBF das große Projekt Unica Agile vorantreiben dürfen, wo wir eine Architektur für fahrerlose Fahrzeuge gestalten. Also Fahrzeuge, die zum Beispiel eine Ergänzung darstellen für den öffentlichen Personennahverkehr, die vielleicht Päckchen in einer Stadt ausliefern oder als Taxi-Service letztendlich unterwegs sind. Oder eben als das mobile Wohnzimmer, die Auto-Elfe. Solche fahrerlosen Fahrzeuge, die sind letzten Endes besonders dann effizient und komfortabel unterwegs, wenn sie eben mit der Infrastruktur vernetzt sind. Auch da sind wir in vielen Projekten unterwegs. HDV-Mess, das sind mobile Roadside Units, also infrastrukturbasierte Sensoren. Komoot, Komoot Next, Akkord, das sind alles Projekte, wo wir letztendlich einen digitalen Zwilling des Verkehrs erzeugen, von dem nicht nur automatisierte Fahrzeuge, sondern auch viele andere Verkehrsteilnehmer profitieren können. Verkehrsteilnehmer von morgen, das sind nicht mehr nur Fahrzeuge, in denen wir selbst sitzen, selbst fahren oder gefahren werden, sondern das sind auch ganz kleine Fahrzeuge. Urband ist ein Projekt, wo wir uns mit fahrenden Schreibtischcontainern, könnte man sagen, befassen, die automatisiert sind, die für sie die Kiste Bier oder die Kiste Wasser nach Hause fahren, die folgen ihnen sozusagen auf dem Fuß, können Bordsteine überwinden und das werden Fahrzeugkonzepte sein, die auch die Welt von morgen ergänzen werden. Wir haben auch mit einem Hersteller, einem Zweiradhersteller, haben wir auch ein Projekt, ein Konzept entwickelt, das nennt sich, ja das ist auch ein Leichtfahrzeug, letztendlich auch wieder mit Muskelkraft und eh mit elektrischen Antrieben kombiniert. Das heißt, die Welt wird an dieser Stelle viel vielfältiger. Fahrzeuge sind Teil von Mobilitätskonzepten und von daher glauben wir, dass wir aus diesem Jahr, aus diesen schwierigen Randbedingungen versucht haben, das Beste zu machen und ich glaube, es ist uns auch ganz gut gelungen. Deswegen möchte ich mich hier an dieser Stelle bei meinen Mitarbeiterinnen und Studierenden, die uns in vielen Projekten unterstützen und Ihnen als Projektpartnern ganz, ganz herzlich bedanken für das Vertrauen, für die sehr gute Zusammenarbeit und wünsche Ihnen nun allen ein frohes Fest, Erholung, Ruhe und ich freue mich mit Ihnen dann im nächsten Jahr wieder voll durchstarten zu können und bis dahin alles, alles Gute und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund.